Unser Taxi, Toyota Prius, wenn er bericht. Dankeschön. Gehen wir jetzt da lang? Haben wir überhaupt Hunger? Ja. Der Abend wird schon sehr schön werden. Ich würde es jetzt mal so formulieren, ich gehe ohne Erwartungen an den heutigen Abend. Aber natürlich hoffen wir alle, dass da schon was Schönes draus wird. Ja. Ja. Moher 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 Das wäre der Knüller Das wäre einfach nur wild Troll Das geht Es wird zu Die Hände Nicht von anderen Das war es